Das war's also für heute. Wir haben den Sieger in diesem Finale um den Eurocup. Und was war das hier für ein Finale? Spannend ist es gewesen. Erst im Elfmeterschießen wird das Ganze entschieden. Spektakulär das Ganze am Ende. Glückwunsch an diese Mannschaft, an den Trainer. Das ist ein sensationeller Erfolg.